Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute von der 150. Fastnacht in Tornow. Mal gucken wie es wird. Angeblich sind auch über 150 Paare hier, also mehr als eine Sauche. Mal schauen wie es wird. Heute scheint sogar die Sonne. Also viel Spaß. Los ging das Ganze natürlich, wie sie es gehört, in der Gaststätte. Hier machten die Paare erst mal zwei Tänzchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie man sieht, ist der Saal gut gefüllt. Bei dieser Fastnacht machte Jung und Alt mit. Sonst hätte man wahrscheinlich nicht so viele Paare zusammenbekommen. Es sollen 127 Erwachsenenpaare und 27 Kinderpaare gewesen sein. Wer möchte, kann ja nachher beim Umzug mal nachzählen. Ich habe sein lassen. Die Tänzchen im Saal sind abgeschlossen. Jetzt geht es raus auf die Straße. Die Tänzchen im Saal ist ein ZDF, 2020 und die Tänzchen im Saal sind. Die Tänzchen im Saal sind in der Schmerz. Die Tänzchen im Saal sind dann mit der Schmerz. Auch bei dieser großen Fastnacht gab es zwei Kapellen. Diese wechselten sich beim Spielen immer ab. Wenn eine Kapelle ein Lied zu Ende gespielt hatte, spielte die nächste Kapelle das nächste Lied. Hier ist schon ganz schön was auf den Beinen. Die laufen gleich in Viererreihen. Reimt sich sogar. Bei einer Zweierreihe wäre der Zug ja noch länger. Na nun, schon der erste Stau. Wir schließen auf, Max. Von der ersten Gaststätte ging es gleich zur nächsten. Dort wurden dann die Bilder gemacht. Ja und überall diese Zivilisten kann ja wohl nicht wahr sein. Untertitelung. Kräfte messen mit der Kapelle. Wer ist lauter? Die eine, eine Messe. Hier hatte ich jetzt eine erhöhte Position. Jetzt könnt ihr ja gerne mal nachzählen. Ichogel. Die eine, eine Messe. Ichogel. 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 Musik Na, jemand am Zählen? Das dauert aber noch eine Weile, ehe der Zug zu Ende ist. Musik Wenn jemand mitgezählt hat, kann er das Ergebnis mal in die Kommentare schreiben. Musik 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 Hier gab es jetzt die Aufstellung für einen Fotografen. Und das dauerte. Außerdem wurde hier auch gleich Station gemacht. Musik Musik Am Ende haben es dann doch alle geschafft. Musik Musik Ein Teil ging dann mit einer Kapelle gleich zum Hotel. Das war ja gleich auf der anderen Straßenseite. Musik 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 Von dort aus ging es dann Verein zur nächsten Station. Musik 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 So richtig Ordnung herrscht hier aber auch nicht mehr. Musik Zurück ins Glied. Musik 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 Na, was heißt das? Ich hoffe nichts Unanständiges. Musik 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 Im Neubaugebiet war dann die nächste Station. Musik Auch hier wurden ein paar Tänzchen gemacht. Musik 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 Irgendwie stand ich auf einmal mitten im Kreis und wurde umsingelt. Musik 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 Mal lieber schnell wieder raus, bekommt man ja Angst. So viele Frauen auf einmal. Alle Damen, können Sie eine Praline zum Internationalen Frauentag abholen. Es gibt zum Internationalen Frauentag für alle Damen eine Praline. Für alle Damen gibt es eine Praline zum Internationalen Frauentag. Nur für die Damen, nicht für die Herren. Und das nennt man nun gleich Berechtigung. Und das ist eine Praline zum Internationalen Frauentag. Mit der Adelheit ging es dann ab zur nächsten Station. Und das ist eine Praline. oder mit meinen kleinen Gartenzerk? Äh, ja. Wie es aussieht, löst sich der Zug hier langsam auf. Kommen alle nur noch kleckerweise. Aber spätestens hier waren alle wieder vereint. Hier gab es nämlich Essen und Trinken. Ich bin von hier schon mal in die Gaststätte zurück. Denn nach hier gab es nur noch eine Station. Ah ja, und die habe ich ausfallen lassen. Ja, hier haben wir jetzt den Einmarsch, aber irgendwie haben sie die Kapelle verloren. Da machen sie alleine Musik. Aha, jetzt kommen sie. Ja. 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 Wie man sieht, ist der Saal gleich voll, aber es ist noch keine Innensicht. Durch die Eingangstür kommen immer weiter Paare. Ja. 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 Und es nimmt und nimmt an der Tür kein Ende. Musik Und da haben wir es wieder, mein Rauschmeißerlied. Nee, nee, ein bisschen haben wir noch. Musik 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 Ich hoffe, ihr bleibt mir auch treu und habt den Kanal schon abonniert. Musik So, jetzt werde ich mich langsam verabschieden. Musik Hier von der 150. Fastnacht in Turnow. Musik Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Musik Ich sag dann schon mal Tschüss und bis zum nächsten Video. Bye. Musik 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 Vielen Dank.